Der Ruhrpottologe ist mal wieder da und der. Tengologe, Jack Tengu auch, hallo. Genau, Anni Bruni, ja. Tag auch. Und wir haben heute mal wieder Ruhrgebiet erklärt, ne? Ja, hier. Ja, richtig. Heute hast du auch mal deinen Mützgen auf, ne? Ich hab auch noch eine andere Mütze. Ja, guck mal. Also die, die uns zuschauen, wir haben beide jetzt zuhören, die können jetzt unsere beiden Käppis nicht sehen. Überall steht jetzt Ruhrpott drauf. Bei mir Glück auf und bei dir auch, ne? Oder was ich gesagt? Jo, genau. Ja, Glück auf. Ist nur ein bisschen anders. Ich hab eueriges Orange und du hast Weißrot. Ja, genau. Genau, finde ich auch gut. Heute besprechen wir Kreis Unna. Genau. Wir haben heute wirklich einfach nur mal vor, runterzurattern, Zahlen, Daten, Fakten. Wir sind immer noch bei Zahlen, Daten, Daten, Fakten. Und werden alle Städte und Gemeinde aufzählen, die innerhalb des Kreises Unna sind. Und dann, Cliffhanger, nein, wir machen da nicht Unna. Und wir machen auch nichts anderes, sondern wir werden von oben rechts nach unten links die Städte einzeln besprechen. Von Einwohnerzahl, die wir heute zwar mitteilen, aber auch dann im Einzelnen noch mal mitteilen werden, bis hinunter zu den Sehenswürdigkeiten und natürlich auch Geschichte. Wenn wir das jetzt hier alles in diesem Kreis Unna Podcast machen würden, dann würden wir, glaube ich, nicht mehr klarkommen. Dann wären wir, glaube ich, morgen noch dran. Das soll jetzt ein kurzer Podcast halt über Kreis Unna sein. Wir fangen im Osten an, weil nämlich Jack ist aus? Werner, an der Lippe. Richtig. Ja, heute nur noch Werner. Ja, ich habe nachgelesen, dieses an der Lippe und da kommen wir zum nächsten Podcast. Das erklären wir dann nochmal kurz und wir wollen das auch nochmal rausfinden, historisch bedingt, warum das Werner an der Lippe eigentlich nicht mehr so heißt oder mal so heißen sollte. Aber da kommen wir, wie gesagt, andermal drauf zurück. Heute habe ich mal wieder ein bisschen Schleichwerbung für Eurickel auf meinem T-Shirt. Die anderen sind alle noch zum Bügeln. Und ich habe heute ist Sonntag, wo wir aufnehmen, hier am 17.12. habe ich heute Morgen. Nee, 17.11. Ich bin da schon im Weihnachtsmodus. Ich merke schon, du bist schon wieder ein bisschen weiter. Da ist doch schon überall Weihnachtsmarkt. Du kannst doch schon deine Grillwürstchen, deine Popcorn holen. Ich war ja in Hamburg, Popcorn essen. Kaufen viel mehr. Meine ersten fünf habe ich da gegessen und dann habe ich die mit nach Hause genommen und dann ging es mir nicht so gut. Aber ich weiß nicht, ob das für eine Popcorn war, die ich dann drei Tage später gegessen habe. Egal. Egal. Da wird der Kalle noch ein bisschen was dazu sagen am Freitag. Ach nee, da habt ihr das ja schon gesehen oder gehört. Der Podcast kommt ja nächste Woche erst bei uns. Okay. Jetzt habe ich eine Veranfallung. Heute. So. Genau. Heute ist der 17.11. und ich war heute Morgen im Kino um 11 Uhr für einen 30-minütigen Film. Und es ging nicht um das Ruhrgebiet, sondern es ging um den Sudan. Und jetzt fragt sich jeder, was will ich jetzt hier mit dem Sudan? Ja, es gibt einen Bochumer Verein, den habe ich ja schon gepodcastet. Der heißt Aktion Kanchanaburi. Die gibt es seit über 60 Jahren und der Gerd Stegemann, der Geschäftsführer dort, war für den Verein unten im Sudan und hat sich vor Ort ein Hospital angeguckt. Dieses Hospital hat ungefähr 25 Mitarbeiter, die sich um jeden kümmern, der da vor Ort halt entsprechend arbeitet von Hebamme bis Arzt. Aber es gibt irgendwie nur einen Hauptarzt, der kommt aus New Jersey. Und der ist eigentlich 24 Stunden dran. Der hat dann eine Auszeichnung für gekriegt auch in Amerika. Und die brauchen unglaublich viele Sachen. Jetzt muss man bedenken, im März 2023 haben die das gedreht. Mittlerweile ist der Bürgerkrieg natürlich unglaublich groß geworden. Und das Hospital ist... Du irritierst mich da. Du machst da Küsschen. Ich sehe das im Bildschirm. Nee, nee, ich mache da nicht Küsschen. Ich habe gerade was von Zoe gefragt. Bin ich was gefragt worden? Habe extra auch stumm gemacht, dass ich dich nicht störe. Ach, was heißt denn? Ich erzähle dir hier was und du machst da Küsschen im Hintergrund. Ich höre dich aber zu. Ich habe dich im Ohr. Entschuldigung, jetzt habe ich hier aber auch abgeschwiffen. Schneiden wir raus. Schneiden wir nicht raus. Schneiden wir nicht raus. Jetzt habe ich gerade ein ernstes Thema und dann haut er hier die Küsschen rein. Ich werde nicht mehr. Schönen Gruß an Zoe. Okay, zurück zum ernsten Thema. Also Sudan, da ist jetzt heftigster Bürgerkrieg. Die Hungersnot ist jetzt offiziell von der UNO mitgeteilt worden. Und dieses Hospital mit diesen 25 Mitarbeitern hat ein Einzugsgebiet von ich weiß nicht wie viele Kilometer. Und wenn man bedenkt, dass der Flugplatz acht Stunden mit dem Jeep entfernt ist und nach vier Stunden nur 80 Kilometer geschaffen wurden, dann rollst du die Augen. Also du fährst mit dem Jeep über Stock und Stein. Da gibt es keine Autobahn, kein Asphalt und so weiter. Und du bist dann irgendwann endlich mal angekommen. Du hast vielleicht gerade mal so viele Kilometer gemacht, wie du hier durchs Ruhrgebiet von Ost nach West fährst. Da gibt es nichts. Also das ist so, wenn du krank wirst und das sage ich jetzt auch noch mal, wenn du jetzt hier krank wirst und du gehst ins Krankenhaus und beschwerst dich, dass es hier einfach nicht rund läuft und dass hier Mitarbeiter fehlen und so weiter. Und da unten haben die nur 25 Leute und den Arzt. Und der kümmert sich um alles, was von oben bis unten kaputt ist, ob Gehirntumor oder die Prostata im Eimer. Der macht da alles. Und die Verwandten bringen dich dahin, wenn du krank bist. Und die bleiben dann da. Die warten so lange, bis der wieder recht gesund ist. Und dann bringen die den wieder mit zurück. Da ist nichts mit Auto oder sonst was. Und die kochen sich ihr Essen auf Steine mit ein bisschen Holz, was sie irgendwo sammeln in so einem alten, verrosteten Topf. Und die lächeln immer noch. Und wenn die Glück haben, dass der überlebt, der Patient, dann nehmen sie ihn eben wieder mit. Und dann sagst du dir so, ey, hier wird im Ruhrgebiet so viel gemeckert. Und du guckst dir das an und sagst dir, das ist so eine unwirtliche Gegend. Aber die kommen damit klar, wie es ist. Und im Hintergrund wird gekämpft. Von A nach B nach C. Die wandern von A nach B, von C nach D. Die wissen gar nicht, wohin. Weil irgendwie Bürgerkrieg herrscht. Aber noch schlimmer als in Syrien. Und das ist schon Jahrzehnte jetzt eigentlich. Das ist nur noch wieder schlimmer geworden. Und ich will damit mal erzählen, dass eben ein Bochumer, ein kleiner Bochumer Verein seit über 60 Jahren, das in Afrika hier und da mit Projekten unterstützt, dort auch unterstützt. Und das werde ich nochmal entsprechend nächstes Jahr mit einem kleinen Podcast nochmal würdigen. Denn den Gerd Stegemann habe ich heute nochmal gefragt, ob er nochmal gepodcastet werden möchte, weil ich seine Erfahrungen immer hören möchte. Und das wollte ich jetzt hier nochmal erzählen, dass das also irgendwann früher nächstes Jahr auch nochmal rauskommt. Also ich sehe dein Gesicht. Also du siehst, das ist schon entsetzlich, wenn du die vergleiche. Kannst du nicht ziehen. Aber hier wird so viel gemeckert, deswegen muss ich das jetzt einfach mal so raushauen. Es ist woanders viel, viel schlimmer. Und die Leute meckern nicht. Die haben auch kein Smartphone gehabt. Die würden es auch nicht wegschmeißen und ihren Pass auch nicht wegschmeißen, um hier nach Deutschland zu kommen. Die haben ja auch nicht mal Geld für Schlepperbanden. Die sind froh, wenn sie verarztet werden. Und apropos, die brauchen ohne Ende Krücken. Denn wenn du da zu Hause bist und du hast vielleicht eine große Wunde und du kannst das Verhalten nicht und du kannst nicht laufen, dann hast du das Problem, dass du verendest. Du verendest einfach. Du liegst nur oder du sitzt. Du stirbst. Und weil du nicht mehr teilhaben kannst am Leben. Und es ist hier nicht anders, wenn du alleine lebst. Wenn du nicht zum Krankenhaus kannst als alter, kranker Mensch. Aber da ist es noch viel anders. Und die brauchen ohne Ende Krückstöcken. Das ist jetzt ein Aufruf für euch. Leute, wendet euch an uns hier oder an mich, am Robotologen. Ich würde für den Verein halt gerne einen ganzen Container voll mit Krückstöcken sammeln, damit die vor Ort in Sudan verteilt werden können. Damit Leute einfach da mit ihren Prothesen oder wie auch immer mal von A nach B laufen können. Und zwar auch flüchten. Die flüchten damit auch. Ja, man muss bedenken, wenn man keine Krücken hat und dann die Wunde praktisch nicht verheilt durch das ganze Gedöns, da sind viele Fliegen wahrscheinlich, dann infiziert sich das noch. Das ist es ja eben. Und dann wird es noch schlimmer, dann gibt es einen Wundbrand und dann ist das Bein mal eben ab oder irgendwas anderes. Und das kann noch einem Sipsis dann folgen und dann bist du ganz schnell gelackmeiert. Genau. Dementsprechend ist es wirklich wichtig. Das habe ich jetzt gerade auch erst von ihm gehört, von André. Dementsprechend muss da was gemacht werden. Ja. Und der Pot hält ja eigentlich immer zusammen, wenn es mal was gemacht werden muss. Genau. Deswegen wäre das schön. Also deswegen habe ich das auch zuerst besprochen, weil das lag mir heute so ein bisschen auf der Leber, das Ganze. Und meine Idee war halt, so ein afrikanisches Filmfest zu organisieren für nächstes Jahr. Afrikanische Filme gibt es hier so gut wie nie. Mal sehen, was sich daraus entwickelt. Und jetzt machen wir aber einen Schlenker. Wir wollen jetzt nicht mehr das Schlimme erzählen. Jetzt machen wir das Schöne, Zahlen, Daten, Fakten, Kreis Unna. Und ich habe dich gebeten, da mal den Anfang zu starten, obwohl ich jetzt schon so viel gelabert habe. Aber es war mir irgendwie wichtig, das mal loszuwerden. Das ist ja auch wichtig. Es ist ein wichtiges Thema. Das ist es. So. Dann fangen wir an. Also, ja, rund 396.000 Menschen leben im Kreis Unna. Und die zugehörigen Städten oder Gemeinden sind zum Beispiel Berchkamen, Bönen, Fründenberg, Holzwickede, Kamen, Lünen, Schwerte, Unna selbst natürlich und Werner. Es gibt verschiedene Sehenswürdigkeiten. In jeder Stadt sind mehrere Sachen da. Da es hier sehr hochkulturell ist. Die Altstadt von Unna ist auch sehr, sehr schön. Da kann man gut mal schlendern. Ebenso zum Beispiel auch Kamen ist auch schön. Die Altstadt. Das, was noch erhalten ist. Und du warst ja auch schon mal in Kamen. Von daher kannst du das auch sagen. Absolut. Ich kann auch Unna sagen. Unnas Altstadt kenne ich. Ich war vor 30 Jahren da, weil man hat, das ist eine kleine Anekdote. Ich habe einen Job gesucht und da suchten die einen Ladendetektiv. Ich wäre jetzt eigentlich nach Unna gezogen vor 30 Jahren und würde ein Unna-Haarer sein und wäre dann ein Ladendetektiv in irgendeinem Supermarkt, der da an der Ecke war. In irgendeinem alten Gebäude. Ich weiß nicht, ob das ein Globus war. Keine Ahnung. Aber ich glaube, ich bin, ich weiß nicht mehr, bin, glaube ich, nicht genommen worden. Ich weiß nicht, ob da meine Vita nicht so gut war. Du warst so freundlich. Damals fehlte. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber ich fand es witzig. Damals war ich eben da und ja, ich fand das schön, dann Unna zu sein. Also Tarnumann kannst du vergessen. Hast du nicht umgehabt? Nee, hatte ich nicht. Ja, wie gesagt, im Kreis Unna gibt es natürlich auch die Halde oder auf jeden Fall in Bechkamen. Und Bechkamen war ja auch bekannt, weil es eine Stadt aus mehreren Stadtteilen ist. Aber ins Detail werden wir da später mal irgendwann gehen. Genau. Wir haben nämlich ja so vor, den Kreis zu besprechen. Kurz, kurzer Anriss, wie die Wappen aussehen, wo die genau liegen im Kreis Unna und Zahlen, Daten, Fakten halt raushauen, die wir natürlich nochmal extra nochmal bei den Städten machen werden. Ganz genau. Und es gibt auch viele Museen im Kreis. Da könnt ihr euch auch mal informieren. Zum Beispiel auch Bergbaumuseum gibt es auch. Stadtteil Oberaden von Bechkamp zum Beispiel. Da könnt ihr dann auch was gucken. Das wird aber alles, wie gesagt, noch besprochen. Und ja, lasst euch da überraschen, was wir so alles zusammengefügt und zusammengetragen haben. In jahrelanger Einzelarbeit. Ja, ja, also wir haben echt geschwitzt. Wir haben jeden Historiker gefragt und haben jeden Stein umgedreht und jedes Grashalm überprüft und gepfiffen nach den Rauchzeichen von Anno dazumal und den Neandertal ausgegraben. Also wir haben auf jeden Fall ein bisschen was rausgefunden bei Wikipedia. Ja, ganz genau. Na, natürlich auch woanders, logischerweise. Ich habe ja mein dickes Schausbuch, Ruppenpakt und so. Also das ist auch sehr gut, auch wenn da immer noch Bohol drinsteht. Oh, oh, oh. Ja, wie doch. Man weiß ja. Aber ansonsten ist das ein top recherchiertes Buch. Und man kann ja nicht alles wissen. Auch wenn man Ruppenloge heißt oder Jack Tango, der Tango-Loge ist, dann das geht einfach nicht. Du kannst nicht alles wissen, aber umso interessanter ist das ja auch für euch als Zuhörer, Zuhörerinnen und Zuschauer, Zuschauerinnen. Wenn ihr uns angucken wollt, könnt ihr ja bei YouTube, bei ihm und bei mir, dann, ja, dann ist das eben so. Dann könnt ihr ein bisschen was erfahren. Und wir sind auch immer wieder interessiert an neue Informationen. Und wir beginnen mal mit Werner, ne? Du bist Werner, dann sag du mal, was du da an Daten hast. Ich bin Werner, Werner ist ein Zeintrickfigur. Werner, Werner. Ich bin Werner, Werner. Okay, dann erzähl mal was von Werner. Aber nicht zu viel. Werner, mach mal extra. Nein, nein, genau. Nee, nee, urkundlich erwähnt wurde Werner zuerst im Jahre 834. Und vom 9. bis 12. Jahrhundert siedelten sich dann die verschiedenen Sachen mit der ersten Fahrkirche zusammen an. Der Kirchhof ist noch mit alten Wärmehäuschen versehen. André kennt das auch schon. Wir haben da ja auch schon mal eine Stadtführung gemacht. Genau, könnt ihr gucken, bei mir im Kanal. Ja, bei mir auch. Bei dir auch. Ich bin bei mir auch drin. Richtig. Und ja, vom Altstadtkern, der erste Markt, das war der Roggenmarkt, da gibt es auch so eine kleine Figur und sowas zu sehen, sind auch die ältesten und kleinsten Wärmehäuschen. Und Werner zeichnet sich aus durch verschiedene Sehenswürdigkeiten, wie das, alles okay? Ja, ja. Da guckt schon wieder so ein Bildschirm rum. Ja, ja, ich gucke hier, was du so erzählst, ob das also stimmt. Ja, so Werner hat verschiedene Ähnstwürdigkeiten. Wie gesagt, das Kloster, das Kapuzinerkloster, dann die Zeche-Werne, da kann man auch ein bisschen was gucken, zumindest von außen. Den Mist kommt vielleicht auch noch die Surfworld dahin, ich lasse mich mal überraschen. Und einmal im Jahr ist diese Mühlkirchmas in Wärmehäuschen, die war ja schon dieses Jahr, immer letztes Oktoberwochenende. Und dementsprechend gibt es da viel, was man auch schnappen kann. Man sieht noch Zechenräder beim Sohlebad in der Nähe. Dann hat man die alte Rohrhauskapelle, wenn man von Lühen aus nach Wärmehäuschen reinfährt. Die Stadtkirche ist natürlich auch sehr alt und natürlich das Stadtmuseum. Da findet man auch ein Gewand, ein Priestergewand, was restauriert wurde. Aber auch ein Arschleder. Genau, ein Arschleder findet man da auch noch. Genau. Erzähl nicht zu viel von Werner. Wir wollen ja Werner extra noch behandeln, ne? Genau, genau. Ich mache jetzt nur noch ein paar Stichpunkte. Genau, ein paar Stichpunkte. Wo genau liegt Werner im Kreis? Werner ist, wenn man so geografisch von oben drauf guckt, unten Richtung Grenzgebieten. Genau, eine Grenze zum Münsterland. Die verläuft praktisch durch Werner. Und das merkt man auch, weil wenn man jetzt zum Beispiel die älteren Leute hört auf dem Wochenmarkt, dann kann man sofort erahnen, welche Ecke ist zum Beispiel Ewenkamp. Das ist ja auch ein Teil von Werner. Und welche Ecke gehört schon mehr Richtung Münsterecke. Und das hört man dann beim Sprechen schon ganz deutlich raus. Und die Werneraner, die meisten würden sich nie zum Ruhrgebiet bekennen. Aber wir gehören zum Pott dazu. Aber Werner hat ja auch noch eine entsprechende Geschichte, weil sie eine andere Kreiszugehörigkeit hat. Ich habe noch herausgefunden, dass Werner 30.000 Einwohner hat und eine mittlere Kreisangehörige Stadt ist. Und eben zu Unna gehört im Regierungsbezirk Arnsberg. Also das muss man ja sagen, das ist ja interessant. Ist ja mehr so Münsterland, aber alles Kreis Unna-technisch gehört zu Regierungsbezirk Arnsberg. Nicht unbedingt. Werner gehört zu Münster. Nee, Regierungsbezirk Arnsberg. Ja, Regierungsbezirk. Regierungsbezirk. Ja, aber kirchlich gesehen gehören wir zu Münster. Und Unna ist noch Arnsberg. Aber Oberteil ist Arnsberg von der Verwaltung näher. Ja, ja, es geht nur um die Verwaltung, weil das ist ja alles irgendwann mal wieder verändert worden. Ja, genau wie zum Beispiel Werner damals Kreislinghausen war, als ich Kind war in der 80er. Genau, da reden wir auch über Werner. Stopp, da reden wir, wenn wir über Werner reden. Nicht zu viel verraten. Nein, nein, nicht. Kommt im nächsten Podcast. Passt. Also Wappen haben wir gelb, also gold und rot. Gold und rot, aber so wie Österreich nur halt in Gold und dann in der Mitte rot. Ganz genau. Österreich hat ja Rot, Weiß, Rot und ihr habt Gold, Rot, Gold. Und warum das so ist, das klären wir aber dann einzeln auch bei den Städten, die wir dann und Gemeinden, die wir dann ja extra nochmal machen. Basisdaten habe ich dann hier 60 Meter über Normal Null. Genau. Fläche 76,14 Quadratkilometer. Einwohner hatten wir schon, Stand von 31. Dezember 2023 29 2868. Das ist eine Bevölkerungsdichte von 392 Einwohner je Quadratkilometer. Postlerzahl 5,9368. Vorwahl gibt es zwei verschiedene. Das hängt ja damit zusammen, dass da der eine Stadtteil mehr in Münster ist und der andere unten. Du vorhin sagtest wahrscheinlich, oder? Kommt noch an, welche Vorwahl du jetzt meinst. Die 02389 ist ganz Werner. Aha, okay. Und wo haben wir die andere? 02599. Das ist Herbarn. Das ist dann das Außenbezirk, die Bauernschaften Richtung Herbarn raus. Ach, die drei Bauern, die ihr da habt, die haben andere Vorwahl? Herbarn ist eine eigene Stadt. Oder eher Bau ohne Kuh. Die wird aber nicht mehr zu Werner gezählt. Ach so, die gehören gar nicht. Das ist schon wieder zum Kreis Großfeld angehörig. Aber die hat, aber das ist interessant, aber das ist jetzt hier so drin, da habe ich so rausgefunden. Naja, die Bauernschaften, die teilen sich dann praktisch auch noch die Telefonnummer, das ist noch zu Werner gehört. Weil der Bezirk, Regierungsbezirk, scheiß Wort, ist anteilig da, noch Herbarn und dann das andere schon wieder Werner. Das ist so Grenzgebiet. Ach so. Da haben sie fünfe gerade sein lassen praktisch. Okay. Und die drei Bauern, die dann noch da sind auf eurer Seite, die haben dann trotzdem die andere Nummer. Genau, die haben dann schon die Herbner Vorwahl. Da kannst du dich aber schnell verwählen, ne? Bist du beim falschen Bauern gelandet, dann kriegst du ein Schwein, stand eine Kuh. Genau. Das kann passieren. Dann kommt dann der Milchbauer um die Ecke und sagt, nee, das kriegst du hier aber nicht, du. Kriegst Schweinschwein. Dann musst du aber mal gucken, ne? Stück Speck. Genau. Okay. Da kriegst du einen schönen Schwart gebrannt, aber keine Milch, du, das zeige ich dir. Ja, so ist das. Na gut. Also Website haben wir noch hier, werner.de. Richtig, genau. Da findest du sehr viel. Und auch sehr viel Gutes. Aktuelle Bürgermeister ist hier Lothar Christ, parteilos. Genau. Bis nächstes Jahr zumindest. Nochmal kandidieren will er nicht, hat er schon gesagt. War jetzt, glaube ich, 16 Jahre dabei und das reicht dann auch. Okay. Oder zwölf Jahre, 16 Jahre. Gut. Okay. Ähm, ich hab jetzt Lünen hier auf dem Schirm. Mhm. Soll ich? Ja, raus. Ja, wusstest du, dass das halt überhaupt größer ist eigentlich als, als Unna? Ja, sicher. Sind ja auch mehrere Stadtteile, die ziemlich ländlich sind teilweise und sehr lang gezogen. Ja, aber auch Einwohnerzahltechnisch. Äh, da wundert mich, dass das nicht irgendwie Kreis Lünen ist. Warum ist das Kreis Unna geworden? Das ist ja, weil das in der Mitte ist und Lünen eben nicht in der Mitte oder wie oder was? Lünen ist erst größer geworden. Früher war Unna größer, soweit ich weiß. Mhm. Und Lünen hat dann praktisch nachgezogen und Lünen gibt es auch als Postleitzahl im Kreis Unna. L-U-N ist das Kennzeichen dann. Ja, ja. Aber bei euch in Werne gibt es ja nicht W-E-R, ne? Nein, wir wollten zwar immer mal selber was haben, ein eigenes Kennzeichen. Aber Lünen war größer und wir waren zu wenig, genau. Müsst ihr mal ein bisschen mehr Popcorn essen? Genau. Das war eine Anekdote jetzt zu der Geschichte, die ich da noch als Kalle raushaue. So. Ja, nicht als du nachher Sprühstuhl kriegst. Um Gottes Willen, ne? Also müsst ihr mehr, ja, oder mehr, ja, reinkommen lassen nach Werne. Genau. Genau, oder das. Auf dem Acker ein paar Häuser bauen, zack, habt ihr schon mehr Einwohner, könnt ihr auch ein eigenes Autokennzeichen dann. Es gibt schon wieder ein paar Ecken, wo gebaut wird. Ja, doch. Ja, also schau her, guck mal, vielleicht ziehe ich hier oben. Ja, genau was. Wann haben wir noch? Also Lünen gehört zum Landschaftsverband Westfalen-Lippe und dem Regionalverband Ruhr an. Ist ehemals kreisfreie Stadt gewesen. Genau. 88.000 Einwohner und die Lage ist im nordöstlichen Ruhrgebiet, ja, wie der ganze Kreis, ist ja klar, und dem südlichen Rand vom Münsterland sowie vom industriellen, auch von ländlichen Einfluss geprägt und gehörte ab 1476 als sogenannte Beistadt dem mittelalterlichen Hansebund an und ist heute immer noch Mitglied im Hansebund der Neuzeit. Wusste ich überhaupt nicht. Also der Helwig geht ja durch, ne? Genau. Ja, ja, vom Werner habe ich ja erst durch dich gehört, dass das so ist, aber ich wusste nicht, dass Lünen das auch ist. So ist, weiß ich. Doch, Lünen natürlich auch. Aber Lünen hatte ich nicht auf dem Schirm. Echt, freue ich mich für die. Wenn es denen was bringt, ist das doch super. Sehe ich auch so. Also Wappen haben wir hier so einen roten, was ist das, ein Löwe, ne? Auf goldenem Hintergrund. Genau, genau. Mit zwei Schwänzen? Mein Gott, ey. Ja, der hat auch nicht gepeitscht. Der eine peitscht, der andere macht das, was er machen sollte eigentlich mit dem Schwanz. Aber das ist ja gar nicht der, das ist ja der hintere. Ich wollte es gerade sagen, die meisten sagen, der propellert dann oben, der eine nach da und dann fliegt er von eins nach B. Aber wir werden ja rausfinden, warum das so im Pappen ist, wenn wir Lünen dann extra besprechen werden in einem extra Podcast. Okay, liegt ein paar Meter höher als Werne, 58 Meter über normalen Null, also die höchste Höhe, ne? Fläche 59,39 Quadratkilometer. Ein Monatszahl vom Anleihen, das ist im Dezember 2023, 87.266. Da sind 1.469 Einwohner je Quadratkilometer und ist unterteilt in drei verschiedene Postleitzahlen. Alle fangen mit 4.4 an. Da gibt es die 5.3.2, die 5.3.4 und die 5.3.6. Und da gibt es den Ortsteil Brambauer. Der hat die Dortmunder Vorwahl interessanterweise. 0.2.3.1. Ja, das ist auch Grenzgebiet wieder. Na, guck mal, da ist ja ein Ding. Und wenn du von Werner aus nach Lünen mit dem Fahrrad reinfährst, dann machst du an einer Steigung aber echten Faden mit, wenn du kein E-Wike hast. Echt? Das, da muss ich sogar teilweise absteigen. Okay. Gut, ich bin breit, das weiß ja jeder. Ich bin auch nicht gerade mehr der Sportlichste, das weiß auch jeder. Dass meine Lungen kaputt sind, wissen sowieso viele. Von daher, auf jeden Fall, fahre mal die Strecke mit dem Fahrrad. Du könntest wahrscheinlich so sportlich, wie du bist, einfach durchziehen. Bei mir sieht das anders aus. Jeder so, wie er kann, würde ich sagen, ne? Genau. Also Stadtgliederung steht hier noch, 14 statistische Bezirke. Also da gehen wir näher drauf ein, wenn wir Lünen besprechen. Unter lünen mit ue.de könnt ihr natürlich die Website besuchen. Ja, das ist dann der Jürgen Kleine-Frauns ist der parteilose Bürgermeister vor Ort. Und Lünen liegt an der Grenze zu Dortmund, zwischen Selm im Norden, Werne, so seitlich, oben rechts, würde ich mal sagen, wenn du da oben drauf guckst. Ja, ja. Da haben wir Bergkamen rechts daneben. Und grenzt auch noch an Kamen. Ganz genau. Das ist unter äußerst der Zipfel. Und da gibt es ja auch noch den Stadtteil Preußen, ne? Eigentlich heißt es nicht Preußen, so direkt. Der Bahnhof heißt nur Preußen. Ach so, ich dachte immer, das ist der Stadtteil. Ich fahre immer ständig her. Ich denke immer, Preußen als Stadtteil. Aber das ist ja auch so zechentechnisch da alles. Genau. Und da können wir auch gerne mal was zeigen. Da gibt es noch wunderschöne Mauern, wo drauf steht, zum Beispiel Brennpferd des Berchmanns und so. Das werden wir aber später nochmal mehr beleuchten. Ich fahre da ja mit dem Bus durch, weil ich da jetzt gerade beruflich mich umorientiere. Und das ist ja da in der Ecke. Dementsprechend gehen Grüße an alle raus, die mich schon kennen da. Und wir werden uns da noch ein bisschen mehr mit befassen. Ja, auf jeden Fall. Mal Fotos zeigen und so. Im Osten war ich ja nicht so oft. Im Dunkel Deutschland. Vom Ruhrgebiet. Ja, so schwatt ist es da auch nicht mehr. So kannst du es vergessen. Im Dunkel Deutschland gibt es da nicht. Die zahlen auch ihre Stromrechnung. Nicht wirklich, ne? So, einmal Bergkamen auf dem Schirm hier als nächstes. Das ist auch als mittlere Kreisangehörige Stadt im Ruhrgebiet zu nennen. Natürlich gehört es verwaltungsgemäß jetzt zum Kreis Unna. Das ist ja alles durch die Kreisgeschichte 1976, ne? Es hat ja alles verändert worden. Auch Regierungsbezirk Ernstberg haben wir schon gesagt. Was du jetzt nicht gesagt hast, dass Bergkamen eigentlich nicht Bergkamen ist, sondern einfach nur eine Zusammenstellung aus verschiedenen Stadtteilen, die sie umbenannt haben in Bergkamen. Ach, guck mal. Also waren bei da ein Berg und dann hat man gesagt, komm, dann machen wir dann bei den Dörfern, die da so sind und so groß geworden sind, machen wir Bergkamen. Genau. Normalerweise hieß Bergkamen, das was wir als Bergkamen jetzt kennen, nur Mitte. Und das haben sie dann zusammengesetzt zu Bergkamen. Und deswegen heißt die Ecke jetzt Bergkamen-Mitte. Alle anderen Dingen. Und das setzt sich dann aus den verschiedenen Stadtteilen zusammen. Ist das denn so, dass Bergkamen und Kamen durch die A1 durchgeschnitten wurde und deswegen vielleicht so anders benannt? Da hätte ja einfach nur Kamen heißen können, wenn man gewollt hätte, oder? Das hätte eigentlich so sein können, aber die haben da irgendwas umstrukturiert. 66, glaube ich, rum war das. 76, meine ich. Ja, oder so. Die haben da auf jeden Fall ein bisschen was umgeändert und hat auch mehrere Stadtteile. Soll ich die noch nennen oder wollen wir das irgendwann anders machen? Nee, das machen wir Bergkamen, machen wir ja auch extra. Da kannst du die Stadtteile extra erzählen. Obwohl, du hast recht mit 66. Es steht am 1. Januar 1966 durch den Zusammenschluss von fünf kleineren Gemeinden. Das hast du schon erzählt, du. Naja, aber ich habe mich nicht geplant. Das war ein Gesetz über den Zusammenschluss der Gemeinden Bergkamen, Hall, jetzt müssen wir sie doch aufzählen, Halloberaden, Rünthe und Weddinghofen, Landkreis Unna-Owerberge. Kam erst zwei Jahre später dann dazu. War früher eine bedeutende Bergbaustadt. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Das war ja auch ein starkes Bergwerksunglück. Stärkste Zechenunglück nach der Nachkriegszeit, sobald ich noch weiß. Und da hat es bei der Explosion damals sogar das Kessenerhaus, das Dach abgehoben. Aber das werden wir später noch beleuchten. Das machen wir, das beleuchten wir, wenn wir Bergkamen extra beleuchten. Da gibt es ja auch eine große Lampe hier. Genau, da gibt es auch extra Gedenksteine, da können wir auch mal hinfahren und es euch zeigen. Da sind auch die Namen eingraviert und sowas ist schon, ja, sehr stark. Aber jetzt verstehe ich auch das Wappen von denen, weil ich habe überlegt, ich habe den goldenen Hintergrund und dann ist das weiß-rot. Gut, da sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das sind die Stadtteile. Ja, vier, fünf, sechs, genau. Das sind die sechs Stadtteile, die eigentlich eigenständige Städte waren. Und das sieht eigentlich aus wie ein Imker-Zeichen. Ja, genau. Und das ist dann wie ein Imker-Zeichen, wo nicht war, aber zusammengesetzt wurde. Aber dann in österreichischen Farben, ja, rot-weiß, rot-weiß. Originell, dass man auf diesen Trichter dann kommt. Dass man alle sechs dann in so einen Wappen einbaut. Also sechsmal, was ist das, Oktav, ne? Genau, das ist ein Oktav. Ja. Von Okto. Der Okto-Puss. Oh, nicht schlecht. Okay, dann haben wir hier, wir haben noch ein paar Minuten. Ja, ja, dann müssen wir jetzt aber hier Gas geben. Ja, wir haben nur ein bisschen am Anfang. Mach du, du kannst schneller als ich. Nee, das kriegen wir sowieso nicht hin. Wir müssen dann nochmal neu starten, ist ja kein Thema. Wo war ich? Also. Holst du wie Gitter? Höhe. Nee, wir sind ja nicht durch mit den Zahlen, da sind Fakten hier. 65 Meter über normalen Nullberg kam, hat wirklich einen Berg. Deswegen hat die 15 Meter mehr als Werne. Da rein mal hoch, du. Ja, da kommst du ins Schwitzen, sag ich dir. 44,9 Quadratkilometer Fläche. Einwohner, Stand Einreißer Dezember 2023, 49.475. Bevölkerungsdichte 1.102 Einwohner je Quadratkilometer. Vorstellszahl ist 59192. Und es gibt tatsächlich drei Vorwahlen. Das hat mit den drei Städten, äh, mit den sechs Städten zu tun, gehe ich mal von aus. Natürlich, genau. Dann sind dann die 0,2,3, 0,7 und die ganzen Spam-Anrufe, die kommen dann von 0,2,3, 0,6. Und die, die, die dich immer belästigen, wenn die anrufen und sagen, Hilfe, Oma, mein Hund ist weg. Kannst du mir mal eben 100.000 Euro beweisen? Das könnt ihr dann bei 0,2,3, 0,8, 9 erfahren. Wenn du die Nummer siehst, bitte nicht abheben. Das ist dann Werner. 0,2,3, 0,3, 0,9 ist Werner. Ach, dann ist Werner. Wieso ist das denn jetzt hier drin? Ganz einfach, weil Rönte sich das so ein bisschen auch teilt. Das ist nämlich auch Grenze mit Werner. Ach, guck mal. Ja, jetzt wisst ihr Bescheid. Also Finger weg, wenn der Anruf von dort. Okay, ja, bergkamen.de könnt ihr dann natürlich, also Bergkamen, mit der Berch sagen wir ja, mit C-A. Genau. Das G ist aber da in der Schriftzeichenart drin auf der Internetseite bergkamen.de ist die Website. Und nee, hier ist kein Parteiloser. Hier ist der SPD-Angehörige Bernd Schäfer, der Bürgermeister. Wisst ihr Bescheid? Und der vorherige Bürgermeister hieß auch Schäfer. Allerdings waren die beiden nicht verwandt. Ach, ich dachte schon. In dem Weg kamen, da können sich dann einfach die Namen merken. Die übernehmen den einfach immer. Ach so, wie viele Schafe haben die so? Haben die unterschiedliche Anzahl gehabt? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Oder weißt du den Weg, wo die entlang gegangen sind jeweils mit ihrer 15 Schafe? Ja, ja, die sind durch Rönte getigert. Da findet man heute noch welche. Da gibt es nur noch Grünflächen, zeige ich dir aber auch alles. Gerne doch. Vielleicht sehen wir den Schäfer, ja. Ist egal, welcher von den beiden. Genau. Wie er seine Schafe hütet jeweils. Machen wir mal einen Termin mit dem Haus. Machen wir einen Termin. Ja gut, da sind wir mit Berchkamen durch wollen. Da haben wir jetzt die Zahlen, die Fakten von Kermen jetzt. Und da hast du das gewusst, dass das auf Niederdeutsch Kaomen heißt? Aber ich weiß nicht, ob du das so ausgesprochen hast. Ja, eigentlich Komen. Komen, sagt man? Komen. 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 Ja, das hört sich ein bisschen Englisch an. Ja, Komen der Barbar, wa? Genau, genau. Da kommen sie sich näher. Ich sag's dir. Aber haben die da Schwerter auch in der Stadt? Wahrscheinlich haben sie da auch noch welche zu finden, ja, ja. Da ist ja auch einiges los gewesen früher. Ja, kann ich mir vorstellen, ja. Nicht, dass die da so aussehen. Ich komme da hin und dann laufen die da rum wie die, ich weiß gar nicht, wie sehen die da, Balkon der Barbar. Ich muss den Film mal sehen mit Arnold Schwarzenegger. Hier, toller Film in den 80er Jahren, ne? Der Klassiker. Schlecht. Der wird übrigens neu verfilmt, habe ich gehört. Ja, das machen die ja jetzt generell als Recycling. Ja, mit Recycling. Komen hat übrigens auch mehrere Stadtteile, verraten wir schon mal. Verraten wir schon mal. Ich lese mal eben hier vor. Ist tatsächlich auch eine Hansestadt. Also ist alles im Kreis Ugnau-Hanse, wa? Ja, ja, sicher. Da hat man gar nicht, ne? Nein. Hätte ich auch nicht geglaubt. Naja, bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts waren sowohl die Schreibweisen Komen mit C, als auch Komen mit K üblich. 1903 wurde die heutige Form des Ortsnamens amtlich festgelegt, damit nicht immer Verwirrungen waren. Denn Komen, das hätte ja auch Kämmel dann sein können, ne? Hättest du dir denn zum Raufen geholt, ne? Wappen, da ist ein Zahnrad zu sehen oben, auf goldenem Hintergrund, ein rotes Zahnrädchen. Ich denke mal, das hat mit der Industrie zu tun, die Kamen. Kamen hatte ja auch sehr viel Industrie zu tun gehabt. Die haben doch die Dr. Nüskenwerke, die berühmten, die auch pharmazeutische Sachen herstellen. Ich wollte gerade sagen, Nüsse haben die hergestellt. Ja, ja, ganz viele. Die Kamen-Nüsse, ne? Die Kamen-Nüsse. Ah, guck mal, der hat ja eine andere Mütze. Wir haben kurz Pause gemacht. Ja, das ist die andere. Ich habe doch gesagt, ich habe noch eine andere. Ja, schön. Schick, schick. Ruhe, putt. Ja, ja. Kann man. Ich sehe nur HRP. Könnte ja auch heizt mich ein oder sowas. Aber das ist ja ein RP. Alles klar. Gut. Genau. Wir sind hängen geblieben. Schöne Mütze. Schön warm wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Muss auch so sein. Ja, ja. Die ist ganz anständig. Man kommt hier gut ins Schwitzen. In your way. So. Wir hatten eine, Bergkamen waren die 65 Meter über Normal Null. Wir waren zuletzt bei Kamen. Genau, das Wappen von Kamen mit dem Zahnrad. So, Kamen ist unterhalb von Bergkamen, geteilt von der A1. Und da habe ich, war ich stehen geblieben, wie gesagt, bei den Zahlen, Daten, Fakten. Kamen hat 67 Meter. Und deswegen haben die, die anderen haben einen Meter mehr. Können Sie mich verarschen? Nee. 65 Meter über Normal Null hat Bergkamen und Kamen selbst ist höher. 67. Da kann auch eigentlich sein. Ja, kannst du mal sehen. Das kann auch eigentlich sein. Es sind noch nicht genug Leute drüber herumgetrampelt. Es ist noch nicht tiefer gelegt worden. Das hätte ja umgekehrt heißen müssen. Bergkamen wäre Kamen und Kamen wäre Bergkamen. Na, da kannst du mal sehen, was das für Irrungen und Wirrungen hier gibt. Aber ehrlich, ey. Ja, unglaublich. Na gut, also 40,95 Quadratkilometer. Wenn man das jetzt mal mit Bergkamen vergleicht, ist ja eigentlich fast gleich, ne? Ja, ja, kommt ungefähr hin. Da sind noch nicht so viele Unterschiede, wenn man reinfährt. Du bist kurz auf. Vielleicht ein bisschen höher, aber das ist ganz normal. Ja, die haben 44 und Kamen selbst hat nur vier Quadratkilometer weniger. Ein paar Ackergeländer weniger. Ganz genau. Einwohner sind 43.000 und eins. Guck mal, einer mehr. Ja, ja. Und das sind ein paar weniger als Bergkamen hat. So, wisst ihr schon mal Bescheid. Die Vorwahl ist nur eine, 0-2-3-0-7 und Postwärtszahl ist 5-9-1-7-4. Also schreibt schöne Briefe an die Stadt Kamen. Da ist nämlich mal eine Frau als Bürgermeister aufgestellt von der SPD noch. Genau, das kann sich ja schnell ändern alles. Das kann sich alles demnächst wieder ändern. Das ist ja nächstes Jahr, glaube ich, auch Kommunalwahl, wenn ich nicht irre. Richtig, ganz genau. Oh Mann, ey, dann sind wir im Wahljahr nächstes Jahr mit der vorgezogenen Geschichte da. Ja gut, werden wir sehen. Und sechs Stadtteile hat Kamen. Das müssen wir noch dazu sagen. Und wenn ihr die Website besuchen möchtet, dann heißt die stadt-kamen.de, damit auch keine Verwechslung stattfindet mit Bergkamen. Oder Luinen. Genau, und Kamen grenzt im Westen, ist das Dortmund, im Osten ist Bönen, im Süden ist Unna und im Norden eben Bergkamen. Genau. Jo. Und Bönen. Da kann ich ja mit, wollte ich gerade sagen, da kann ich ja mit Bönen direkt weitermachen. Kann ich mit Bönen weitermachen. Ist ja eine Gemeinde im Kreis Unna, das haben wir ja schon. Eine sehr kleine. Gehört eigentlich schon zu Sosa Börde, kann man sagen. Ja, wenn man es so sehen möchte, könnte das hinkommen, ja. Ich habe immer auf dem Schirm da so eine große Anlage, Zementanlage, kann das sein? Also auf jeden Fall das große Wohlwortlager ist da oder war da, dann, ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch da ist. Und sonst ist es eigentlich, ja, nicht so sehr groß, aber es hat da auch Industrie. Es hat Industrie, ja, ländlich, sehr ländlich. Soll ich sagen, ist aber noch Ruhrgebiet, weil ja Hamm immer noch Ruhrgebiet ist, ne. Also es grenzt ja an Hamm im Osten und im Westen an Kamen und im Süden an Unna. Also hat nur drei Städte mäßig Grenze. Das ist genau zum Beispiel wie im Stadtteil von Kamen. Wenn du da hinter ein Bahnglas hergehst, bist du in Dortmund, in einem Stadtteil von Dortmund. Das ist ganz wichtig, ganz witzig. Nicht wichtig, aber witzig. Ist wichtig witzig. Genau. Wirklich wichtig und witzig. Genau. Es ist wichtlich. Wichtig. Witzig, ja, wenn man sie sieben Zwerge fragen. Der Wadden sieht aber interessant aus. Das sieht aus, als wenn da Gefangene abgeschleppt werden, ne. Ja, irgendwie so ein bisschen hat das was. Also so Handschellen mäßig irgendwie. Ja, ich kann dir dazu aber nichts Genaues sagen. Dafür kenne ich die Ecke nicht so gut. Ja, ist ja auch nicht schlimm, weil Böden, haben wir ja gerade gesagt, nochmal extra durch. Und Böden ist tatsächlich höher als Bergkamen. 73 Meter über normalen Null. Ja, das ist ein leichter Anstieg. Und hat 38,04 Quadratkilometer mit 18.239 Einwohnern. Stand ist immer 31. Dezember 2023. Die Bevölkerungsdichte liegt bei 479 je Quadratkilometer. Postleitzahl ist 59199. Wenn ihr Rechnungen aus der Gegend kriegt, alles ab in den Müll. Die Vorwahl ist 02383. Und da gibt es kein Bödener-Kennzeichen. Die haben auch nur UN, LH und LÜN. Was ist ein LH? Readinghausen. Wie? Da dürfen die mit LH rumfahren? Anscheinend, ich weiß es selber nicht. Weil das früher zu LH gehörte, genau wie wir. Das kann gut sein, ja. Na guck mal, das werden wir noch rausfinden, aber Böden dann nochmal extra besprechen. Gibt sechs Ortsteile und die Website heißt bönen.de und zwar mit OE geschrieben. Wie ist da Bescheid? Genau, OEnen. Boenen. Und der Bürgermeister ist auch mal wieder parteilos. Und wieder ein Mann. Stefan Rotering noch dieses Mal. Jo, sind wir durch mit Böen. Dann haben wir Holzwickelte. Da wickelt sich das Holz einmal um dein Bein, sozusagen. Niederdeutsch. Da wirst du eingewurzelt. Eingewurzelt, genau. In Niederdeutschen heißt das Holz wickert. Genau, Olded Wickert. Olded Wickert. Okay. Da werden wir auch noch mehr rausfinden. Liegt am östlichen Rand des Ruhrgebiets, bla bla bla. Und natürlich im Kreis Una, da sind wir ja immer noch. Und liegt höher als Bönen, Kermen zusammen. 125 Meter über normalen Null. Weil die sind da. Aber der liegt ja etwas südlicher. Der liegt ja schon im bergischen Bereich. Ich wollte gerade sagen, das ist schon fast Sauerland. Na, guck mal. Fläche ist aber ganz klein. 22,36 Quadratkilometer. Und die haben nur 17.587 Stück, wo ich gerade sagen, Menschen. Stück Menschen, genau. Stück Menschen. 31. Dezember 2023 ist der Stand, wie gesagt. Und 787 Einwohner je Quadratkilometer. Die Postleitzahl ist 59, 439. Und die Vorwahl 0, 2, 3, 0, 1. Und auch hier ist LÜN, LH und UNK Fahrzeugkennzeichen. Guck mal an. Ganz genau. Also die Gemeinde ist gegliedert in Henksen, Holzwickete und Oferdicke. 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 Ist ja wie Herdicke. Das I wird genau wie bei dir im Vornamen ein bisschen betont. Aha. Ja, für mich ist PH immer 11. Ja, es wird aber so da ausgesprochen. Das ist ureinwohnerdeutsch. Ist auch so. Wenn wir jetzt was Falsches sagen, kriegen wir einen auf den Deckel. Dann werden wir nicht mehr gehört. Eben, dann dürfen wir uns da nicht hintrauen. Nee, lass mal. Wir wollen ja da nochmal ankommen irgendwie und wieder rauskommen. Dürfen wir auch nicht nach Henksen oder Oferdicke rein und Haarstrangen, also Herdicke. Dürfen wir auch nicht. Oh Mann ey. Ja, holzwickete.de ist die Website. Und da gibt es endlich mal eine Frau wieder. Ulrike Drossel vom Bürgerblock. Was auch immer das für eine Partei sein soll. Wofür auch immer die steht. Und das werden wir noch rausfinden, wenn wir Holzwickete besprechen. Wenn die da nicht schon abgewählt werden. Genau, da gibt es auch einiges Interessantes. Mit Sicherheit. Holzwickete hat eine ganz, ganz große Stadtgrenze zu Dortmund. Und wenn du da rausfährst, kommst du ja zum Flughafen, ne? Richtig, das ist genau die Ecke, wo der Flughafen ist. Genau. Und im Süden gibt es einen Stausee. Richtig. Und ich meine, da wäre auch mal was damals, wo der Möhne, wo die Möhne-Talsperre hier zerbombt wurde, auch was hingeschlossen. Ja, da ist überall. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Dann ist ja, die Ruhe geht unten durch, ne? Genau. Ja, die geht durch. Und Holzwickete grenzt auch an Fröndenberg im Osten, genau wie Unna im Osten. Und im südlichen Bereich haben wir zwei. Einmal da in dem Stausee Märkischer Kreis. Da sind wir schon im Sauerland. Und links unten, wenn man oben drauf guckt. Also was ist da da? Südwesten? Schwerte. Ja, Südwesten, genau. Das ist Schwerte. Ja. Und da werden die Schwerte gewetzt. Da werden die Schwerte gewetzt. Die sind ja auch im Wappen drin, ne? Richtig, richtig. Was hat der denn? Holzwicke, der hat aber ein schönes Wappen. Da ist irgendwie eine Ulme, glaube ich, ne? Irgendein Baum. Ist das ein Kaktus? Ja, genau. Das ist ein Baum. Ein Kaktus, ey. Darf sich da stechen, wenn du reinfährst. Genau. Sagt dir der Begriff eigentlich schöne Flöte, was? Schöne Flöte? Ein P-H? Ja, schöne Flöte. Flöte? Hm, nee. Das wirst du noch ziemlich kennenlernen. Dann werden wir näher darüber sprechen. Okay, okay. Brauche ich mich drauf. Aber ich glaube, das ist eine Eiche, ne? Das sind Eichenblätter. Dürfte eine Eiche sein. Ich habe jetzt das Bild gerade nicht vor Ort. Vor Augen. Aber ich sage mal, der grüne Baum, also das Holz ist hier auch grün, also der Baumstamm ist grün, genau wie die Blätter drumherum, hat mit dem Holz zu tun, was im Wickede ist. Und ich denke mal, Wicke, da sind dann die unteren Quadrate in Weiß-Rot, die dann im Wappen drin sind. Dann gehen wir rüber zu Fröndenberg, an Ruhr. Ganz genau. 21.000 Einwohner. Was? Nur? Also Stand 2023, 20.450. Hat eine Fläche von 56,23 Kilometer und liegt 180 Meter über normalen Null. Ganz genau. Und ist auch zwischen Ruhrgebiet und Sauerland. Ganz wichtig auch wieder Grenzgebiet. Richtig, richtig. Grenzgebiet liegt, warte mal, Märkischer Kreis im Norden ist unnah und dann hast du Holzwickel, da haben wir ja gerade gesagt, an der Grenze. Ja, und dann ist aber auch noch was da, ne? Ist das nicht Kreis Soest? Das ist auch noch Kreis Soest, ja, ja. Das ist auch noch die Ecke, meine ich. Auf jeden Fall Sauerland und hat übrigens 14 Ortsteile. Nur so nebenbei für Statistik. Also noch ein bisschen mehr wie Lünen. Ist ja Hammer. Und ich wusste ja gar nicht, dass Fröndenberg, also ich bin ja ehrlich, ne? Ich habe das nicht gewusst, dass Fröndenberg tatsächlich noch drin ist im Ruhrpott. Doch, Fröndenberg war ich auch schon mal. Ich habe eher gedacht, das ist noch hier Sauerland. Weil das so nah am Menden liegt. Das ist ja auch kein Gebiet. Ja, ja, das ist ja auch Grenzgebiet. Und ich sage nur, A3-Quelle kommt ja auch aus der Ecke da, ne? Ja, ja. Muss man auch dazu sagen. Und dementsprechend, es wird noch sehr abenteuerlich, wenn wir darüber ein bisschen was berichten. Oh, mit Sicherheit. Ich werde mich da reinknien in die Forschung. Du hattest die 21.000. Ich habe 20.450 hier, Stand da, am 30. Dezember 2023 war ich 56,23 Quadratkilometer, 180 Meter über Normal Null. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Und die Bevölkerungsdichte liegt bei 364 Einwohner je Quadratkilometer. Ja, die Postleitzahl ist 58730. Und wollte jetzt die Vorwahlen alle wissen, es sind vier verschiedene. Hätte ich nicht gedacht. Naja, weil es ist ja auch sehr breit gefächert durch die ganzen Ecken, die da sind. Ja. 14 Ortsteile. Wer hätte das gedacht? 14 Ortsteile. Kann man sich gar nicht vorstellen, ne? Und deswegen vier verschiedene Nummern. 023, 73, 03 am Ende oder 77 oder 78 am Ende. Ja, viel Spaß. Kannst du dir aussuchen. Ja, aber du musst ja mal genau wissen, wo du anrufst. Aber die haben ja sowieso alle mittlerweile Handy. Wer hat heute noch Festnetz? Hallo? Ich. Ja, ich auch. Ich auch. Zahle da dicke, fette Summen morgens, äh, monatlich. Nee. Aber da ist eine Dame endlich mal wieder Bürgermeisterin von der SPD, die Sabina Müller. Kenne ich nicht persönlich, aber schönen Gruß, ne? Ich auch nicht. Wir kommen demnächst mal auf ein Tässchen Bier vorbei. Tässchen Bier, genau. Apropos. Hätte man hier so ein Bochum mal rausgeholt. Wusstest du, dass jetzt sowas kommt? Ich hab's doch wieder in die Nase gehabt. Ja, meine Stimme ist ein bisschen trocken. Muss ein bisschen befeuchtet werden. So, da haben wir noch die Website. Die heißt frohendenberg.de. Also Fröndenberg, ne? Nur OE geschrieben halt, ne? Wisst ihr Bescheid. Also schönes, kleines Städtchen direkt am Rande. Und dann sind wir bei Schwerte. Una haben wir ja noch nicht gemacht, ne? Una kommt ja jetzt gleich noch mal als letztes. Schwerte ist natürlich an der Schwelle zwischen Ruhrgebiet und Sauerland im Kreis Una. Hättet ihr das gedacht? Ja, ja. 120 Meter über Normalnull ist die höchste Stelle. 56,23 Quadratkilometer, Einwohner 46.571, Stand 31. Dezember 23. Und zwar nicht 19, sondern 2023. Und zwar nicht 19, sondern 2023. Dann haben wir 828 Einwohner je Quadratkilometer mit der Postleitzahl von 5,8239. Und die Lottozahlen sind für die Vorwahl 0,2304. Und das heutige Stadtgebiet von Schwerte wurde 1975 durch eine kommunale Gebietsreform aus den Städten Schwerte und Westhofen, deswegen auf Westhofener Kreuz, und an den anderen Gemeinden zusammengelegt. Boah, da weiß ich ja wieder was. Das ist ja interessant. Guck mal an. Und da gibt es einen Griechen. Also, wird hier geboren sein wahrscheinlich. Aber ich sage jetzt mal, Dimitrios Aschurgos oder Axurgos. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Keine Ahnung. Ein SPDler ist dort Bürgermeister. Ja, ich hoffe es, dass ich richtig ausgesprochen habe. Und wenn nicht, können wir da mal nachfragen. Müssen wir sowieso. Ansonsten kriegen wir ein Schreiben, ein Fettes, dass wir diesen Podcast streichen müssen, weil ich falsch gesprochen habe. Genau, genau. Jetzt streite ich danach richtig raus. Dann kriegst du kein Urso mehr. Nee, kein Urso mehr. Zumindest nicht in Schwerte. Genau. Die zwei Schwerter. Das ist interessant, auf rotem Hintergrund. Mhm. Das sind ja auch Schwerte. Das symbolisiert dann wahrscheinlich diese zwei Stadtteile da. Schwerte und, was hast du gesagt? Genau. Westhofen. Westhofen. Genau. Ja, könnte ja sein. Und deswegen dann, wie gesagt, die kleinere Gemeinde und kleinere Ecken wieder unterteilt. Und von daher. Ja, das machen wir ja nochmal extra. Aber das wäre, ich wollte es gerade sagen, das machen wir als extra. Jetzt wirst du schon mal ein bisschen mehr. Jetzt wirst du nochmal mehr. Aber wir haben noch nicht Unna durch. Genau. Das haben wir ja als letztes vorgehabt. Wir haben wirklich alle, ne? Bis auf Unna. Weißt du eigentlich. Moment haben wir Selm nicht. Selm haben wir doch vergessen. Selm haben wir auch noch. Müssen wir auch noch machen. Das hätte eigentlich zu lehnen. Selm haben wir komplett vergessen jetzt hier. Ja, das hättest du noch. Das ist ja schon so klein, dass man das vergisst. Ganz genau. Dann mach jetzt erstmal schnell Selm. Dann machen wir Selm. Selm ist direkt neben Werne, grenzt auch an Dortmund, ne? Ja, genau. Und ist geografisch verortet auch im Münsterland, ne? Ja, das gehört eher zum Münsterland, auf jeden Fall. Wenn die Leute schon Werne sagen, Werne gehört dahin, dann ist Selm auf jeden Fall Münsterland eigentlich. Wird aber auch in der Ruhrgebietsecke anerkannt. Ja, ich glaube, Selm ist auch nochmal unterteilt. Es gibt einen Teil von Selm im Münsterland und einen Teil von Selm durch diese Kreisgeschichte da 1976 ist dann eben zu Kreis Unna gekommen. Habe ich irgendwie so nachgelesen. Aber das machen wir ja auch nochmal extra, wenn wir Selm besprechen. Das Wappen sieht aber interessant aus, ne? Also das Wappen von Selm ist schön. Das ist drei, was sind das? Mohnblumen sind das ja nicht, ne? Kornblumen, glaube ich. Kornblumen. Ja, das kann sein. Also Kornblumen oben auf goldem Hintergrund in Rot und ein goldener Baum auf rotem Hintergrund. Da drunter. Schick. Sehr schick, ja. Haben Sie was Schönes einfallen lassen. Absolut. Aber ist ein bisschen niedrig da. 56 Meter nur über normal null. Auf einer Fläche von 60,41 Quadratkilometer mit Einwohnern von 26.767 am 31. Dezember 2023 gemessen. Die Einwohnerzahl. 443 Einwohner je Quadratkilometer gibt es da. In der Bevölkerungsdichte. Die Postleitzahl ist 59379. Und zwei Vorwahlen gibt es. 02592 und eine 02306. Hallo? Sehr unterschiedlich, oder? Ja, ja. Ja, das ist, da merkt man sofort, wo man dran ist. Und die kann man auch nicht durcheinander werfen. Das stimmt. Ja, und da haben wir einen SPDler, den Thomas Orlowski, ist Bürgermeister in Selm. Und Selm grenzt, das hatten wir ja gerade gesagt, an Werne im Osten. Richtig, Lünen ist auch noch. Richtig, im Süden ist Lünen. Und im Westen ist das hier, sag mal schnell, Dortmund, habe ich gesagt vorhin. Und oben im Norden Kreis Coesfeld. Genau, das ist die andere Ecke. Das ist, wie gesagt, Grenzgebiet. Sehr starkes. Genau. So, jetzt kommen wir noch als letztes zu Unna. Ganz genau. Und warum Unna eigentlich Kreis Unna als, ich sage mal, Hauptkreis statt Lünen genommen wurde, das versuchen wir noch rauszufinden, wenn wir Unna besprechen. Und auch genau, was der Name Unna bedeutet. Richtig. Können wir natürlich jetzt sagen, aber. Ja, sag doch mal einfach. Ganz einfach, weil es zu nah ist. Zu nah an was? Ja, zu nah an Kam. Ach so. Ja, also eigentlich denken die Leute ja, dass der Name Stadt Unna nicht wie angenommen von dem lateinischen, Achtung, jetzt kommt es, ob ich es hinkriege, weiß ich noch nicht, abunitate animorum, von der Einigkeit der Gemüter, der Bürger, untereinander abkommt. Es heißt nämlich eigentlich uns zu nah. Also all zu nah. Uns zu nah. Deswegen haben wir abgekürzt den Unna. Und dann haben sie eine Burg gebaut, damit sie da bleiben. Richtig, die Burg gibt es auch. Genau, das war Beobachtungsturm. Das war für die Stadtverteidigung und sowas. Ist auch sehr historisch. Du kennst dich daher aus. Genau. Die ist auch im Wappen drin. So eine richtig große Trutzburg mit zwei Schähnchen rechts und links vom Turm. Genau. Da in der Mitte sind wieder da die Zeichen, die wir auch in einigen Stadtwappen der Umgebung gesehen haben. Dieses Rot-Weiße in der Mitte und oben und unten jeweils Golden. Kann man schwer beschreiben. Ja, und seit 1936 übrigens Sitz des Hellwigs Museums. Ach, da gibt es ein Hellwigs Museum. Das ist interessant. Ja, guck mal. Mit Sehenswürdigkeiten gehen wir ja auch bei Unna nochmal drauf ein. Richtig, da gibt es einiges. Vor allen Dingen die Altstadt, die kennst du ja auch. Hast du eben schon eingangs gesagt. Genau. Aber es ist ja schon lange her. Also ich komme auf jeden Fall nach Unna und sage mal Hallo. In Unna ist da, glaube ich, auch hier immer Literatur-Dingenskirchen. Einmal im Jahr. Da gibt es auch Literaturveranstaltungen. Ganz genau. Genau. Es gibt auch mehrere Sagen über Unna. Ah, da weißt du ja auch ein bisschen mehr. Da gehe ich mal von aus. Ja, ja, aber das machen wir dann erst, wenn das das Hauptthema ist. Genau, Hauptthema Unna machen. Ich rede jetzt nur nochmal eben über die Daten. 100 Meter über Normal 0. 88,56 Quadratkilometer groß. 60.223 Einwohner gab es zum Stand 31. Dezember 2023. Mit einer Bevölkerungsdichte von 680 Einwohner je Quadratkilometer. Drei Postleitzahlen haben die sogar. 5,9, 4,2,3. 4,2,5 am Ende oder 4,2,7 am Ende. Ist überhaupt bescheuert, ne? Dass die da dann so komisch geteilt haben. Ja, es ist halt zu den ganzen anderen Ortsteilen hin. Und anteilig wurden sie dann lieber so, dann lieber so. Es wurde ja alles in den Sektoren unterteilt damals. Ja, ja, ich weiß. Das ist ein großes Kreisgebiet. Ich habe übrigens noch das Postleitzahlenbuch, als es rauskam, habe ich hier bei mir in meiner Bibliothek. Noch mit dem Rolf dabei? Ich glaube, der ist dabei. Ja, das ist jetzt 30 Jahre alt. Ja, kann ich mich daran erinnern. Ja, ja, wenigstens. Ja, ich habe das historisch behalten einfach. Ich weiß nicht, ob das verschimmelt ist schon. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich habe das letztens beim Umräumen hier wiedergefunden. Ich denke, ach komm, das schmeißt du noch nicht weg. Ist irgendwie historisch. Das gebe ich irgendwann mal im Museum, wenn ich vorher abnippel. Vorwahlen haben wir noch. 0, 2, 3, 0, 3 und nochmal die 0, 8 am Ende. Gibt auch zwei verschiedene. Guck an. Die ist nicht gelacht. Ja, und dann gibt es natürlich, das ist ja interessant, UNA hat eine eigene Seite, aber auch KreisUNA hat eine eigene Seite. Also UNA.de ist die Website und Kreis-UNA.de gibt es dann auch nochmal, glaube ich. Richtig, ganz genau. Dirk Wiegand, diesmal ein CDUler, hallo, einer, der UNA beherrscht als Bürgermeister. Also das finde ich auch interessant. Hauptsächlich SPD, aber nicht in UNA. Faszinierend, ne? Ja, ja, und kreislos. Also parteilos, meine ich. Ja, genau. Kreislos wäre auch interessant. Genau. Und ansonsten könnt ihr natürlich auf die ganz schlechte Seite von kreis-unna.de gehen. Also die ist, was heißt schlecht? Ich würde das jetzt nicht schlecht nennen, aber die ist so banal, einfach gestrickt, überhaupt nicht hübsch. Da gibt es dann das Kreishaus UNA abgebildet und da steht dann unbehehrbar demokratisch darunter, wonach suchen sie, da kannst du Terminvereinbarungen machen, wofür auch immer. Ich denke mal hier, wenn du zum Amt gehen musst, um da ja mal eine Wohnung umzumelden oder sonst was, Karriere, Neuigkeiten, Asyl und Aufenthalt. Was heißt das denn jetzt, Asyl? Wenn ich jetzt zur Besuch kommen will oder ob das jetzt, also was das jetzt auf der ersten Seite ist, finde ich ja faszinierend, aber das hätte man noch anders machen können. Asyl beantragen und dann hätte ich dann eher Aufenthalt, Tourismus und Wohnen oder so. was gemacht, aber nicht so. Ja, gib doch mal Denkanstoß. Ja, ich weiß auch nicht, das sage ich ja jetzt hier gerade mal so. Und darunter steht dann Top Services. Also das könnte jetzt hier die 007-Geschichte sein, wa? Das wäre Secret Services. Ja, gut, okay. Aber das haben die wahrscheinlich nicht im Kreis. Für alle, die hier wohnen, zu Besuch oder wirtschaftlich tätig sind, finden sie unsere Services im Überblick. Dann drückst du dann auf den Alle-Services-Punkt. Gut, da gibt es dann die unterschiedlichen Sachen wie Gesellschaft, Bildung, Mobilität, Umwelt, Erleben und Wirtschaft. Und die sind dann nochmal unterteilt. Gesellschaft in Soziales, Familie, Gesundheit, Bildung, Kita, Schule, Ausbildung, Mobilität, Radfahren, Kfz, öffentlicher Nahverkehr. Und was mich am meisten interessiert hat, war ja neben Umwelt, Erleben, Wirtschaft eben der Hauptpunkt Kultur, Tourismus und Sport. Was kann ich denn im Kreis Una erleben? Und tatsächlich habe ich dann noch rausgefunden, das mache ich jetzt abschließend noch, dass du da sogar einen Bus mieten kannst. Also nicht mieten, sondern du kannst da mit so einem Bus durch die Gegend gucken. Aber ob das jetzt noch geht, denn angeblich sind die alle ausgebucht. Jetzt schon. Musst du einfach mal anrufen. Ja, ich weiß auch nicht. Also musst du da drauf gehen, da kannst du dann halt so eine Geschichte buchen. Da gibt es eine Tour durch das Kreisgebiet, die lohnt sich nicht nur für Touristen, auch Menschen, die schon lange im Kreis Una wohnen, wird das beworben und staunen immer wieder darüber, was es hier alles zu entdecken gibt. Ja, das ist natürlich klar. Bei der Rundfahrt geht es natürlich durch alle Städte im Norden und es gibt dann die südliche Route. Und die Dauer beträgt vier Stunden und es gibt eine Rast mit Kaffee und Kuchen in einem Landgasthaus, die stets eingeplant wird. Und auf Wunsch kann man die Rast auch in einer von den Gästen bestimmten Lokalität erfolgen. Das heißt, wenn die 25 Leute da unterwegs sind, die sagen, nee, ich will den diesem Gast drauf, nee, ich will den dieses Restaurant oder wie soll das laufen? Ich habe keine Ahnung. Ausprobieren, nachfragen, erleben. Ganz genau. Das werden wir auch tun. Ob das hier alles so seine Richtigkeit hat, ob das überhaupt noch läuft. Und die Kosten für das Busunternehmen wird von der Hanse Tourist übernommen. Also ich weiß nicht, kannst du dann umsonst fahren? Das müsste man erfragen. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Das habe ich jetzt aber auch kurzfristig nur rausgesucht, weil ich da einfach auf den Knopf gegangen bin und ich denke, oh, das ist interessant. Aber das werden wir dann nochmal besprechen, wenn wir Una selber auch nochmal besprechen. Wo bist du jetzt hier? Ich bin jetzt hier bei der Suche gewesen. So, da bin ich ja. Ich hoffe, ich habe mich ganz gut gesehen. Also ich habe da nur ablesen müssen, unser Skript und so weiter und ja. Du warst gut im Bilde. Ich habe hier alles gesehen. Ich war gut im Bilde. Okay. Ja, eigentlich sind wir dann durch mit dem Kreis, ne? Genau. Wir waren jetzt eigentlich Zahlen, Daten, Fakten und wir machen das nächste Mal dann Werne. Ich wollte ja Ebel eigentlich machen, aber der Herr ist leider erkrankt. Gute Besserung von mir. Wir auch. Den Historiker. Das wird vielleicht aber auch anders laufen. Ich weiß es noch nicht. Der muss erstmal gesund werden und wir müssen uns da mal kurz schließen, wie wir das dann Deichseln und dann werden die Infos auch mal von Bottrop Ebel ausgehauen, wo ich ja die Stadtteilwanderung gemacht habe. Könnt ihr sehen im Internet, ne? YouTube.de bei Ruhepotologe TV. So. Und Ruhrgebiet erklärt ist ein eigenständiger Podcast, genauso wie er bei mir bei Ruhepotologe unterwegs zu hören ist. Genau. Und bei dir aber auf dem YouTube. Kanal Jack Tango. Genau. Und da gibt es auch noch das Format Erklärt. Das ist wieder was Eigenes. Da erkläre ich Sachen aus Politik oder Weltthemen. Was weiß ich, was da gerade als nächstes kommt. Und Staffel 3 wird bald starten. Das kann ich auch schon versprechen. Ja, da bin ich mal gespannt, was du zu erzählen hast. Es kommen wieder ein paar Prominente dran. Es werden auch wieder Schauspieler vorgestellt. Ja, wir haben ja auch einen auf dem Schirm noch. Und wahrscheinlich auch wieder ein paar Politiker. Ja, wir haben ja auch noch einen auf dem Schirm, den du zwar schon besprochen hast. Richtig, richtig, richtig. Den Heinz Rühmann hatten wir ja schon mal angesprochen. Da muss ich mich noch ein bisschen durch die Biografie pauken. Und der kommt auf jeden Fall. Aber wir machen nächstes Mal Werne. Also wer da dranbleiben möchte, um mal Werne kennenzulernen. Du hattest ja heute schon ein bisschen so erzählt. Ich habe dich ja gebremst, weil du jetzt nicht zu viel erzählt. Werne wird als nächstes vom Kreis Unna sein. Und da werdet ihr auch nochmal hingewiesen auf den Stadtteil-Podcast, den ich mit Jack gemacht habe. Also Altstadt haben wir ja begangen. Eine Begehung gemacht, eine touristische. Also es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzugucken. Und damit sind wir heute durch, würde ich sagen. Ich hoffe, ihr habt nicht zu viel Zahlen, Daten, Fakten um die Ohren geschmissen bekommen. Ja, ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid, oder? Das genau, ich freue mich auch. Und ich freue mich auch über alles Positive an Feedback, was wir bis jetzt gekriegt haben. Und dass auch meine Stimme sehr angenehm wohl rüberkommt. Da freue ich mich auch drüber. Und ja, ich bin halt, wenn ich gleich dabei sein darf. Was so eine erotische Stimme, das ist doch klar, dass er gut rüberkommt. Ich bin nicht Batman. Ich bin auch nicht der Udo, keine Sorge, ja. Yeah, ey, Udo ist leider aus Gronau. Und deswegen wird er hier leider nicht auftauchen in unserem Podcast. Aber wer weiß. Ich wollte es gerade sagen. Ja, nice. Du kannst dir ja zwischendurch mal raushauen. Mach nochmal den Heinz Rühmann nach. Mensch, was soll ich jetzt hier machen? Den Rühmann, bitte sehr, bitte gleich, bitte schön. Können wir mal haben, können wir mal haben. Sehr schön. Und damit schließen wir diesen Podcast, der doch ein bisschen länger geworden ist als ursprünglich geplant. Aber manchmal ist er doch länger als gedacht. Und ich hoffe, hat euch trotzdem gefallen. Ganz genau. Und jetzt sagen wir ganz in typischer Manier einfach mal Glück auf. Genau. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Sikowski. Und tschüss. Und jetzt ist der Ahnung. Und jetzt werde noch was. Oder. Und jetzt.